Leute, in wenigen Stunden ist es soweit, denn das FAT-Meeting steht bevor. Wann es genau ist, was wir jetzt erwarten können beim Bitcoin, auf was wir uns jetzt vorbereiten sollten und müssten, werden wir uns kurz in diesem kurzen Update hier uns anschauen. Also bleibt unbedingt bis zum Ende dran und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich euch bitten, bevor wir mit dem Video starten, lasst diesem Video ein Like da, abonniert diesen Channel, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und schreibt gerne in die Kommentare, was ihr denkt, um wie viele Basispunkte denn die FAT die Zinsen heute anheben wird. Wir machen jetzt direkt weiter mit dem Bitcoin hier auf dem 4-stündigen Chart, denn es ist natürlich etwas sehr, sehr Interessantes passiert. Was ist denn passiert? Nachdem die CPI-Zahlen niedriger waren als erwartet, haben wir natürlich beim Bitcoin einen enormen Pump gesehen. Warum haben wir diesen enormen Pump gesehen? Obwohl wir doch hier diesen Breakout unter, diese Trendlinie hatten, ist Bitcoin dann hier extrem gepumpt. Ich hatte euch ja gesagt, dass wir eine erhöhte Volatilität, in den letzten Videos hatten wir darüber gesprochen, dass eine erhöhte Volatilität zu befürchten ist. Warum denn? Denn hier hatten wir auch ebenfalls einen Squeeze der Bollinger Bands und jetzt haben wir es natürlich auch geschafft, hier diesen wichtigen Widerstandsbereich mit Hilfe dieser News nach oben zu durchbrechen. Doch ob das Ganze nachhaltig wird oder ob es sich hierbei nur um ein Fakeout handelt, das Ganze schauen wir uns hier nämlich in diesem Video an, auf welche Preisbereiche wir denn jetzt achten sollten. Schauen wir uns aber erstmal natürlich an, wenn denn hier das FED-Meeting stattfindet. Wir sehen hier 20 Uhr Vereinigte Staaten, also 20 Uhr deutsche Uhrzeit innerhalb weniger Stunden. Also jetzt ist es 18.18 Uhr hier, während ich das Video hochlade. Ich denke mal in 20, 30 Minuten ist das Video online. Und dann ist bald auch schon hier das FED-Meeting, das ist um 20 Uhr. Allerdings, die Pressekonferenz ist hier um 20.30 Uhr, das heißt ab 20.30 Uhr können wir damit rechnen, dass wir die Ergebnisse zu den Zinserhöhungen bekommen. So, hier ist jetzt die aktuelle Zins, der aktuelle Zinsleitzins liegt hier bei 4% Prognose, ist 4,5%. Das heißt, die Prognose, die Erwartungen liegen bei einer Erhöhung von 50 BPS. Das hat natürlich zur Folge, das habe ich hier in einem kleinen Tweet hier zusammengefasst, folgt mir auch gerne auf Twitter, dort poste ich auch ab und zu mal interessante Dinge. Link findet ihr in der Videobeschreibung, dass das FED-FOMC-Meeting stattfindet. Und wir sehen hier, 50 BPS war ja das, was erwartet ist. Das wäre erstmal zu den letzten Zinsanstiegen natürlich erstmal positiv. 25 BPS würden einen extremen Pump nach oben verursachen, weil es natürlich unterhalb der Erwartungen liegen würde. 50 BPS, so wie die Erwartungen sind, es würde ein Seitwärtsverlauf folgen, wahrscheinlich ein langsamer Anstieg. Und 75 BPS wäre natürlich ein enormer Dump, den wir hier noch sehen könnten. Interessant wird es natürlich, wenn wir uns das Ganze einmal charttechnisch ansehen. Denn hier befindet sich, Moment, so. So, hier laufen wir jetzt mit dem Bitcoin in einem extrem, in einem extrem wichtigen Widerstandsbereich hier rein. Warum ist dieser Bereich sehr, sehr wichtig? Wenn wir hier einmal zurückgehen, sehen wir, dass wir zuvor in diesem Bereich einen sehr, sehr extrem starken Support hatten. Und dieser Support wird natürlich jetzt zum Widerstand. Zusätzlich dazu noch, haben wir hier, wenn wir unser FIP Retracement Tool hier einmal nehmen. Wir setzen es hier von diesem Swing High bis zu diesem Swing Low an. So, so circa sehen wir auch, dass hier in diesem Bereich bei exakt 18.500 US-Dollar auch das 0,5er FIP Level liegt. Und da nochmal hier bei 19.200 das 618er FIP Level. Also hier wird es dann in diesem Preiszone sehr, sehr interessant. Wir müssten es natürlich für, mit dem Bitcoin jetzt schaffen, hier nachhaltig über die 19.200 US-Dollar zu kommen. Das wäre natürlich erstmal ein sehr, sehr bolisches Zeichen für den Bitcoin. Wir müssen natürlich jetzt aufgrund des FED-Meetings mit erhöhter Volatilität heute nochmal rechnen. Und wir sollten auch damit rechnen, dass wenn die Zinsen um 75 BPS angehoben werden, dass wir hier nochmal einen Dump sehen und wohlmöglich hier nochmal an dieser, wohlmöglich hier nochmal diese aufsteigende Support-Linie, die wir denn hier hatten, dass wir diese nochmal antesten und auch hier gleichzeitig zurückkommen würden, um diesen vorherigen wichtigen Widerstandsbereich, den wir hier haben, dass wir den auch nochmal antesten könnten. Also hier nochmal könnten wir in die Region bei 17.300 US-Dollar fallen, um diese Zone hier natürlich nochmal anzutesten. Interessant wird es auch, wenn wir uns das Ganze hier nochmal auf dem Weekly-Chart anschauen, denn dort sehen wir auch, dass hier nochmal diese Zone, diese Zone hier um die 19.000 US-Dollar, dass diese Zone nochmal sehr, sehr wichtig werden wird, auch hier auf dem Weekly-Chart. Wir haben hier erstmal natürlich diesen 5-Jahre-Support, den wir hier haben, weiterhin gehalten. Mit diesem Support, den wir hier gefunden haben, das ist natürlich erstmal ein sehr, sehr positives Zeichen. Und hier natürlich wird es nochmal in dieser Zone hier, Moment, so in dieser Zone hier um circa 19.000, 19.500 US-Dollar nochmal extrem interessant. Warum das Ganze? Wir hatten hier einen extrem starken Support zuvor, der natürlich nach unten durchbrochen wurde und dieser starke zuvorherige Support wird natürlich jetzt zu einem Widerstand. Wir hatten dann hier nochmal kurz Widerstand in dieser Zone und nochmal hier. Das war nämlich die Zone von unserem alten All-Time-High 2017. Also eine extrem wichtige Zone, die wir jetzt natürlich nach oben hin durchbrechen müssen. So, das war es auch schon mit einem kurzen Update für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir unbedingt ein Like da, abonniert diesen Channel und aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Updates mehr verpasst. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und bis morgen.